Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux WC. Dieses Programm WordCount zählt Zeichen, Wörter und Zeilen einer Datei oder eines Eingabestroms. Es ist wirklich sehr einfach anzuwenden. Ohne Parameter aufgerufen, z.B. WC, Leerzeichen, Dateiname z.B. x.txt, Enter, gibt WC alle drei Angaben aus. In der Reihenfolge Zeilen, das sind hier z.B. zwei, Wörter hier 7 und Zeichen 46. WC kennt aber auch Parameter, die es veranlassen nur die Zeilen, Wörter oder Zeichen zu zählen. Es gibt diese Parameter jeweils in einer langen und kurzen Form, aber auch jeweils leicht zu merken und zu verstehen. Minus L oder Minus Minus Lines zählt nur die Zeilen. Minus W oder Minus Minus Words zählt nur die Zeichen. Pipes können ebenso verwendet werden. Die Ausgabe von ls-lx.txt, Enter, wird durch die Eingabe ls-lx.txt, Pipes, Zeichen, also senkrechter Strich, WC, so zur Eingabe von WC. Oder nochmal mit Minus C, so werden nur alle Zeichen gezählt. Mit Minus L nur alle Zeilen. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!